Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Vormittag, um noch mal zur Sacharbeit dieses Parlaments zu kommen, haben wir uns im Familienausschuss mit dem Thema Endometriose beschäftigt. Eine sehr schlimme Krankheit. Sie steht viel Zeit, sie ist sehr schmerzhaft und sie ist ohne jeden Nutzen, also völlig überflüssig. Die AfD ist die Endometriose der deutschen Politik. Vielen Dank. Abonniere gerne meinen Kanal, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen.